ja guten tag liebe leute liebe heli flieger und liebe heli fliegerinnen mal wieder ein kleines news wird ich möchte mich mal kurz fassen wie immer eigentlich was gibt es neues bei mir der sommer ist eigentlich irgendwie sehr durchwachsen aber das ist ja nichts neues dann ihr seht es ich habe endlich ein eigenes t shirt heli ernst mit einem passenden spruch drauf kann man jetzt sehen noch ein bisschen tiefer fliegst du schon oder schwebst du noch genau der spruch ist ist also programm ja des weiteren ist eine neue dvd in arbeit über das 3g system firmware version 2.0 also eine ziemlich neue firmware version dann habe ich inzwischen geburtstag gehabt so ein scheiß ich bin schon wieder älter geworden also ehrlich dann habe ich weil ich ja geburtstag gehabt habe mir auch mal was gegönnt ihr seht es könnt ihr es sehen ich hoffe virtuell flyerless system von mikado das v stabi will ich mal ausprobieren mal was ganz anderes mal nicht mal probierst du mal nicht 3gx jetzt mal v stabi wird ja viel über geredet und zwar was ist das das ist die silver line edition also mit dem neuesten sensor 5.2 express ja so weit so gut ansonsten habe ich es in den wochen in den letzten wochen ich habe es ja gemerkt war nicht viel los bei mir ein wenig ruhig angehen lassen ich brauche ja auch mal ein bisschen ruhe und bisschen urlaub ich habe sozusagen ein bisschen urlaub gemacht aber jetzt geht das wieder los ich bin wieder an einem dvd projekt dran wir schon erwähnt und verbleibe mit freundlich lockeren im augenblick ja sonnigen grüßen aus dem heli hauptquartier in tespe bye bye euer helianst und aus